moin moin freunde heute mal was in eigener sache mal wieder und zwar was heißt mal wieder also einfach in eigener sache und zwar forum ist wieder online wir hatten ja nun im forum leider einen ganz herben crash das alles weg war also server crash zusamtsicherung alles weg fangen also quasi gerade bei null an das sicherungssystem werde ich also haben wir geändert also ich werde jetzt in zukunft die datensicherung selbst übernehmen also sprich parallel dazu also wir machen doppelte sicherung das ist das erste das zweite ist ja forum ist wieder online ihr könnt euch anmelden auf doxen.de also mit xs ist klar hier zack doxen.de slash forum ja und wenn du fragen habt zu diablo wenn ihr leute sucht mit denen ihr irgendwelche farmlands machen wollt wenn ihr wot einen zug sucht leute sucht zum spielen was auch immer alles möglich halt ich werde community abend vorschläge für den community abend etc etc alles hier zack diskutiert ganz wichtig momentan läuft die anmeldung zu einem hardcore race also diablo 3 hardcore race man kann sich natürlich auch nach start des rennens anmelden allerdings wenn man bis zum ersten race nicht teilgenommen hat oder sich angemeldet hat dann fehlen halt die punkte für das erste race schon das heißt also die chance hardware zu gewinnen sinkt gewaltig so jetzt kommen wir mal zu dem hardcore race und zwar findet ihr das unter stream support news ankündigung da einmal draufklicken und dann habt ihr hier event rocket hardcore so hier hardcore diskussiert das ist das verkehrte verdammte achse jetzt komme ich mal im eigenen forum nicht klar da event vergangenen events event diskussionen events rocket hardcore competition noch mal zurück für alle noch mal die events die laufen ja dann die diskussionen dazu also in dem dem posting zum event selber bitte keine fragen stellen und so weiter da nur anmelden wenn ich auf events klick daher angepinnt event rocket hardcore challenge so es sind aktuell sechs leute angemeldet in die fünf sechs leute schon sind doch schon ein paar zusammengekommen also sieben starter sind wir schon inklusive mir so und zwar was geht es das ist ein hardcore race steht hier alles drin und was es genau geht gewinnen könnt ihr eine rocket rios tastatur dann rocket cone pure und alt ein rocket hero also das mousepad für den platz dritten apple für den platz drei und dann steht ihr hier wie viele punkte ihr pro race bekommen wie das genau stattfindet wann es stattfindet etc was es für voraussetzungen gibt das steht hier alles in diesem thread drin ich werde den auch nochmal das forum unter das youtube video posten den link dazu dass ihr es auf jeden fall findet und dann meldet euch einfach an wenn ihr interesse habt schreibt hier drunter hier dabei euren stream kanal und euren nick bei battle tag und so weiter ich werde hierzu noch mal einen guide machen wie ich morgen also am montag jetzt fertig machen und werde den online stellen wie ihr denn streamen könnt wohlgemerkt streaming pflicht ist auf jeden fall da gibt es auch da führt auch kein weg dran vorbei weil alles was nicht gestreamt wird ist manipulierbar weil streamen ist ja live und da es hier nun um tastaturen geht also sprich um echtes geld quasi also eine tastatur eine maus ein maus pad und wenn man das halt nicht streamt dann ist halt hier kann jeder sagen nee der hat aber beschissen und so weiter deswegen als streaming pflicht weil man dort halt eben nicht bescheißen kann so und alles steht genau im regelwerk drin falls jemand halt sich betrogen fühlt dann muss halt den stream melden oder das video melden und den und die stelle raussuchen wo betrogen wurde also ich werde wenn jemand meint hier spieler so und so hat jetzt betrogen dann werde ich natürlich nicht die ganzen das ganze video durchgucken weil das so viel zeit habe ich gar nicht da müsst ihr schon selbst müssen eigene initiative zeigen und eben dann die stream aufnahme durchgucken ob derjenige dann wirklich beschissen hat und wenn ihr das herausgefunden habt und meint hat da beschissen dann könnt ihr die stelle dann melden und dann also im forum posten zum beispiel oder mir ein pn schreiben und dann werde ich dem ganzen nachgehen so soviel dazu ist eine super sache die leute die schon öfter mal auf dem stream waren wenn dieses hardcore race läuft die haben es mitbekommen die wissen wie das abläuft ja gut soviel dazu habe ich noch was auf dem zettel eigentlich jetzt so im großen nicht eine sache noch sollte dieser post oder dieses dieses video dieses video 5000 klicks erreichen und ich sag mal 5000 klicks und 100 likes dann werde ich unter allen leuten wie mache ich das jetzt verdammt ich bin da noch ein bisschen neu was youtube betrifft also ich bin mir doch nicht so sicher wie man was verlust am besten auf youtube ich glaube ich mache das ganz anders machen wir es so also wenn dieses video 5000 klicks erreicht hat in dieser woche dann werde ich unter allen die in den comments was geschrieben haben ein rocket tato verlosen ist ein mousepad ist einfach mal googeln rocket tato ich könnte eigentlich mal kurz die webcam anmachen und das sitze ich mal hier so das ist das rocket tato ja hier da ist es ein etwas großes mousepad so das werde ich dann verlosen unter allen denen die bis zum start des rennens des ersten renns also sprich haben wir hier erste ist 23 am 23 geht das erste rennen los das erste race bis dahin werde ich dann wenn das video so viele klicks erreicht hat werde ich dieses mousepad unter euch im chat also quatsch in den comments verlosen dann sage ich schon mal viel glück hoffe es werden sich noch ein paar anmelden derzeit sind nur sechs angemeldet denkt dran streamingpflicht besteht ihr müsst euch jetzt nicht direkt einscheißen weil ich habe aber nur 500 klubit upload ihr braucht kein qualitativ qualitativ hochwertigen stream ihr könnt auch in 20 fps mit minimalsten vor einstellungen stream hauptsache man kann es erkennen und ich werde dazu noch mal ein tutorial machen das mache ich mutag fertig dann könnt ihr das am mein wegen am dienstag noch mal ausprobieren ob das denn mit diesen einstellungen bei euch funktioniert ihr müsst dafür nichts bezahlen ihr braucht kein keine software die geld kostet ist es alles kostenlos ein twitch account ist kostenlos ja einzige was geld gekostet hat ist halt das spiel selber ja das gibt es nicht umsonst aber hey wenn hier sowieso meinen youtube channel abonniert habt dann habt ihr meistens auch diablo gut damit wünsche ich euch noch einen schönen start in die neue woche und ich hoffe wir sehen uns alle mann am nächsten sonntag zum hardcore race bis dann haut rein ciao